Hallo, ich bin Kathi und ich heiße dich recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast, das finde ich wundervoll. Und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit natürlicher Heilung, alternativer Medizin, besonders Psychosomatik. Ich beschäftige mich mit natürlicher Ernährung. Ich selbst ernähre mich vegan und mit einem großen Rohkostanteil. Ich bin auf der Suche nach Antworten für ein zufriedenes und glückliches Leben. Und all diese Sachen teile ich hier mit dir auf meinem Kanal. Und ich mache Rezeptvideos, ich mache Interviews mit Menschen, die große Transformationsprozesse hinter sich haben, also die sich auf natürliche Art und Weise geheilt haben. Ich mache Meditationen, ich lese inspirierende Texte vor und lasse dich einfach an meinem Leben so teilhaben, was mich bewegt und beschäftigt. Ja, und über YouTube hinaus, da mache ich Online-Coaching, also wenn du Unterstützung brauchst auf deinem Weg, dann schreib mir gerne eine Mail. Die Adresse findest du in der Infobox. Ich schreibe E-Books, ich mache Videokurse. Ich habe einen Blog, wo ich Artikel schreibe. Die Webseite findest du auch unten in der Infobox. Und ich mache Retreats zu den Themen, die mich so auch beschäftigen. Und ja, und wenn dich das interessiert, dann abonniere den Kanal und klick dich doch einfach mal durch die Videos. Alles, alles Liebe dir. Hier war die Kati. Ciao.